ARD Text im Auftrag von Funk So, kommt hier rein. Von wo hundert, oder heute? Vom Flachband. Aber... Wenn du dir ein Kind anhängst, bleibst du bei ihnen. Sie alle aber, die hier zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Ich muss schnell raus. Marco? Du musst heute nicht arbeiten gehen. Was ist genau passiert? Stefan in die Gemeinde haben wir da angebrochen. Ich glaube, es wird wieder schlimmer. Glaubst du eigentlich auch gut? Ich glaube schon. Und wieso macht er dich denn gesund? Es gibt Orte, wo man so Menschen in Marco helfen kann. Das kann ich nicht. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch. Was ist, wenn man das alles nur dreivet? Was ist, wenn man das alles nur dreivet? Ich... 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 Vielen Dank.